Wir sind Reisende. Marschieren meilenweit durch Matsch und Dreck. Wir sind Überlebende. Ausgerüstet, um Monate unter härtesten Bedingungen zu überleben. Wir sind Fremde. Fern der Heimat. Wir sind Jäger. So verschmolzen mit der Umgebung, dass wir in ihr aufgehen. Wir sind Abenteurer. Tun, was uns niemand zu tun wagt. Wir sind Beobachter. Sehen alles. Ohne gesehen zu werden. Oder Spuren zu hinterlassen. Wir sind Forscher. Studieren den Gegner. Um ihn dort zu treffen, wo es weh tut. Wir sind Richter. Entscheiden, wer leben. Und wer sterben soll. Wir sind Richter. Wir sind Ghosts. Und es gibt uns gar nicht. Manche sind Soldaten. Wir sind Ghosts. Ausgleichs. Die Sehnsin. Die Sehnsin. Untertitelung des ZDF, 2020